Leute, habt ihr eine Ahnung, wie man das ausspricht? Ich höre immer wieder, wie es Leute Huawei nennen und ey, ich feiere euch so krass dafür, denn jedes Mal, wenn ich es höre, kriege ich keine Lachen. Für die Leute, die wissen wollen, wie es richtig ausgesprochen wird, es ist folgende Aussprache. Huawei. Huawei. Bitte sagt mir mal, wie ihr das bisher ausgesprochen habt. Und gibt es noch andere chinesische Marken, von denen ihr wissen wollt, wie die ausgesprochen werden? Sagt es mir in den Kommentaren.